Musik Unsere Zukunft bringt Herausforderungen. Wie können wir den Wohlstand von Volkswirtschaften weltweit sicherstellen? Wie lassen sich Megatrends wie Mobilität und Urbanisierung und ein schonender Umgang mit Ressourcen vereinbaren? Wie ermöglichen wir allen Menschen den Zugang zu Bildung? Wie können wir das Klima schützen? Wir bei Void liefern innovative Lösungen für diese Herausforderungen. Unsere Technologien und Dienstleistungen ermöglichen eine nachhaltige und klimafreundliche Stromproduktion, die umweltschonende Herstellung von Papier, den sicheren Transport von Gütern und Personen und die ressourceneffiziente Förderung und Verarbeitung von Öl und Gas sowie weiteren Rohstoffen. Void spielt in seinen Märkten eine führende Rolle. Ein Viertel der weltweit aus Wasserkraft gewonnenen Energie wird mit Turbinen und Generatoren von Void erzeugt. Derzeit forschen wir an der Erzeugung von Strom aus Meeresenergien und setzen damit die Trends der Zukunft. Void wurde vor fast 150 Jahren gegründet. Heute ist Void eines von Europas größten Unternehmen in Familienbesitz. Das Management orientiert sich am Grundsatz der Nachhaltigkeit. Der Erfolg gibt uns Recht. Wir erzielen einen Jahresumsatz von weit über 5 Milliarden Euro. Und es sind wir, die 40.000 Mitarbeiter bei Void, die den Erfolg ausmachen. Dabei ist Vertrauen die Basis unserer Werte und unserer Zusammenarbeit. Kreative Ideen, Kompetenz, Pioniergeist, Ausdauer. Das zeichnet uns Void-Jahner aus. Tragen Sie gemeinsam mit uns zur Lösung der globalen Herausforderungen bei. Void. Engineered Reliability.